Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen heute das Wildschwein und zwar in kurz und zwar auch mit Bildern. Wer sich erinnert, meine alten Wildschwein-Videos, die sind wirklich sehr alt, da gibt es überhaupt keine Schweine zu sehen. Auf jeden Fall höchstens ein paar eingekaufte Fotos, aber kein Bewegtbild. Und diesmal anders, diesmal gibt es durchgehend Bewegtbild, das werde ich teilweise kommentieren, teilweise auch einfach allgemeine Informationen drüber quatschen. Los geht's mit der Verbreitung. Wildschweine sind ein eurasisch lebendes Tier, also das Wildschwein, wie wir es hier sehen, Sus scrofa, kommt in komplett Europa und komplett Asien vor, mit Ausnahme der Hochgebirge und mit Ausnahme der Borealenzole, also sehr weit im Norden. Warum da jeweils nicht? Naja, im Hochgebirge gibt es zu wenig Boden, um da vernünftig nach Nahrung zu buddeln. Und im Norden gibt es zu lange Winter, da liegt dann so viel Schnee, dass man ebenfalls nicht vernünftig nach Nahrung buddeln kann. Und das sind die beiden Begrenzungen, die dem Schwein ein bisschen zu schaffen machen, denn es gräbt nun mal sehr gerne nach Nahrung. Das ist wesentlich für seine Verbreitung. In Deutschland, muss man sagen, gab es Wildschwein jetzt spätestens seit 5.000, 6.000 Jahren etwa, gehen wir davon aus, dass das wieder eingewandert sein dürfte. War mal deutschlandweit verbreitet, wurde dann von uns Menschen auch in großen Teilen Deutschlands ausgerottet, vorzugsweise in den östlichen heutigen Bundesländern und in Baden-Württemberg. Beispielsweise war es auch mal vollständig verschwunden, außerdem auf den britischen Inseln, da lebte es auch mal, wurde es vollständig ausgerottet und auch in Dänemark war es lange Zeit mal weg. Inzwischen ist es da auch wieder aufgetaucht. Derzeit breitet es sich auch weiter aus und wird sich wahrscheinlich wieder unaufhaltsam, wie es derzeit aussieht in Gesamteuropa, wieder ansiedeln. Da gehört es aber grundsätzlich auch hin. Es ist ein tolles Tier. Wildschweine sind sehr anpassungsfähig. Das zeigt sich auch in ihrem Lebensraum. Sie kommen quasi in jeder mitteleuropäischen Landschaft ganz gut zurecht, mit Ausnahme eben von den Hochgebirgen, sonst finden wir sie überall. Besonders gerne haben sie entweder Laubmischwälder, beziehungsweise Wälder mit einem hohen Buchen- und Eichenanteil, da sowohl Buchäckern als auch Eicheln ihre Hauptnahrung darstellen und dazu dienen, im Herbst so viel fressen zu können, dass man den Winter auch gut überstehen kann als Schwein, ohne groß viel graben zu können, Da es ja zumindest theoretisch Schnee geben könnte, der dann die Grabetätigkeit für die Wildschweine doch recht unangenehm macht. Der Boden könnte auch mal gefroren sein, dann finden sie gar nichts. Deswegen brauchen sie Vorräte für den Winter und diese finden sie vor allen Dingen in Form von Buchäckern und Eicheln. Wenn sie allerdings gar nicht erst im Wald leben und es sich um stadtnahe Populationen von Wildschweinen handelt, da sieht man jetzt wieder ihre Anpassungsfähigkeit ganz hervorragend, denn zum Beispiel Berlin hat eine enorme Wildschweinpopulation, die sehr stadtnah lebt, in den Vorgärten nach Nahrung sucht, Müll frisst, sich füttern lässt von zweibeinigen Futterspendern, die so nett sind, ihnen was hinzuwerfen. Und wenn das nicht funktioniert, dann gibt es auch noch jede Menge Maisäcker in der näheren Umgebung. Grundsätzlich sind alle Wildschweine in der Lage, wenn es mal ein bisschen knapp werden sollte mit Eicheln und Buchäckern, problemlos auf landwirtschaftliche Nutzflächen auszuweichen und sich dort energiereichste Nahrung zu suchen, die sie finden können. Bei Kartoffeln haben sie inzwischen sogar gelernt, unterschiedliche Kartoffelsorten zu unterscheiden und haben da ihre persönlichen Favoriten, die besonders gut schmecken. Also da können sie wirklich aus dem Vollen schöpfen. Und ums Wildschwein muss man sich hinsichtlich des Lebensraums nun wirklich keine Sorgen machen, im Sinne von, dass es zu wenig davon gibt. Eher zu viel. Wildschweine erreichen ihr ausgewachsenes Körpergewicht erst im Alter von circa 4 bis 5 oder sogar 6 Jahren. Männliche Schweine, Keiler, werden dabei innerhalb von Deutschland bis ungefähr 150, maximal 200 Kilo schwer, wenn es ein richtig dicker alter Keiler entsprechend ist. Je weiter man nach Nordosten in Eurasien reist, desto größer werden die Schweine und da hat man dann auch schon 350 Kilo Schweine entsprechend erlegt und vermessen. Das ist aber in Deutschland relativ unwahrscheinlich. Weibliche Schweine, 150 maximal, wenn es ganz, ganz alte Weibchen sind, so das Durchschnittschwein, das in Deutschland rumrennt, die sind alle ziemlich jung, dürfte sich so auf die 50, 60 Kilo irgendwie beziehen, ungefähr. Ja, sie werden bis zu 1,80 Meter lang, auch wieder die großen Keiler, ansonsten ist man mit 1,20 bis 1,40 Meter ganz gut dabei, das sind so ungefähr die Größenordnungen. Wichtig bei Wildschweinen wäre noch ihr Gebiss zu erwähnen. Sie verfügen als eines der ganz wenigen noch lebenden Säugetiere über das ursprüngliche Säugergebiss und haben alle Zähne, die im Reich der Säugetiere überhaupt vorkommen, also ein sehr, sehr vollständiges, universell einsetzbares, vielfältiges Gebiss. Zusätzlich hat der Keiler noch die berühmten Eckzähne, auch Gewaff genannt, mit dem er sich dann mit anderen Keilern anlegen kann oder halt eben irgendwelche Radfahrer vom Fahrrad holt und Autos demoliert, wenn er da gerade Lust zu hat. Weiterhin wäre noch zu erwähnen, dass Fell der Wildschweine besteht und im Winterfell aus einer dichten Unterwolle, also so ein ganz, ganz warmer Faserpelz, wenn man so möchte. Und darüber tragen sie dann noch das dichte Deckhaar, das als Schutz vor allen Dingen vor Dornen und Ästen, wenn man halt so im Wald unterwegs ist, dient. Außerdem verfügt das Wildschwein im Schulterbereich, im Brustkorbbereich, über einen Knorpelpanzerung, wenn man es nur nennen möchte, die das Schwein schützt vor eben entsprechend Artgenossen, vor weiteren physischen Gefahren und macht es damit zu einem sehr, sehr wehrhaften Tier in Kombination mit seiner Kraft, seinem Gewicht, seiner kompakten Bauweise. Dann ist es auch noch gepanzert und wenn es sich dann um ein älteres, männliches Tier handelt, auch noch hervorragend bewaffnet. Also insgesamt ein sehr wehrhaftes, sehr starkes und sehr vielfältiges Tier, das sich an seinen Lebensraum perfekt angepasst hat. Natürlich ist auch noch die Nase, der berühmte Rüssel, besonders angepasst, um eben im Boden erstens diesen aufzubrechen und zweitens dann gleichzeitig noch mit dem hervorragenden Geruchssinn, dazu kommen wir gleich, nach Nahrung zu suchen. Also ein universal angepasstes Tier an jeden erdenklichen Lebensraum, der Boden aufweist und das ist abseits der Gebirge ja überall der Fall. Dazu außerdem fast nicht tot zu kriegen. Für. An Sinnesleistung verfügen Wildschweine nur über sehr kleine, nicht besonders gute Augen. Sie sehen so ungefähr, wo sie hinlaufen. Sie rennen auch nicht gegen Bäume, aber grob ist es das im Wesentlichen auch. Objekte, die weiter weg sind, optisch wirklich erkennen zu können, dazu sind sie nicht in der Lage. Es ist mehr ein Bewegungssehen, dass sich irgendwas, was sich in der Nähe bewegt, wird zur Kenntnis genommen, dass sich etwas bewegt, könnte ein möglicher Feind sein und das löst dann auch gerne mal einen Fluchtreflex aus, da das Wildschwein grundsätzlich auf inserwehrhaft ist, immer noch ein Fluchttier ist und lieber das Weite sucht, als zum Angriff überzugehen. Hingegen sehr gut ausgebildet ist das Gehör. Wildschweine haben schöne große Ohren, die sie in alle Richtungen drehen können, um bestimmte Schallquellen anzupeilen und dann auch gut hören können, was es da zu hören gibt. Das ist sehr gut, aber nichts, was jetzt aus der Masse der Säugetiere heraussticht. Ganz anders als der Geruchssinn. Wildschweine dürften so irgendwo in der Top 3 der am besten riechenden Landtiere bei der nördlichen Hemisphäre irgendwo anzusiedeln sein. Wahrscheinlich sind sie sogar das am besten riechende, wenn man sich da auf den Konkurrenzkampf einlassen möchte. Jedenfalls durch ihre sehr, sehr erdgebundene Lebensweise und die Suche von Essbaren im Boden haben sie sich eben genau auf sowas spezialisiert und können mit ihrem Rüssel mit einmal riechen wahrscheinlich sehr simpel wahrnehmen, wo genau es was zu essen gibt und wo entsprechend nicht. Das ermöglicht ihnen auch eine vielfältige Feinvermeidungsstrategie, indem sie diesen auch auf große Entfernung riechen können, insofern die Windrichtung einigermaßen stimmt und dient auch der innerartlichen Kommunikation durch diverse Geruchsstoffe, die sie dann selbst abgeben und sie verfügen dazu auch noch über diverse Drüsen und können also auch olfaktorisch miteinander kommunizieren und die jeweilige Laune durch den jeweiligen Geruch mitteilen. Wildschweine sind sehr gesellige Tiere. Besonders die Weibchen leben in Gruppen zusammen. Meistens sind es Familiengruppen. Es kommt aber auch vor, dass einzelne Familiengruppen sich zusammenschließen und dann auch nicht verwandte Tiere zusammen eine größere Population bilden. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, wie dicht die Population gerade ist und wie sehr sie bejagt werden. Aber Weibchen bleiben immer als Gruppe zusammen. Oft auch die Jungtiere noch bis zu etwa 1,5 bis 2 Jahre von der Mutter abhängig. Danach sind sie selbstständig, können sich aber auch der Muttergruppe anschließen und so dann eben über mehrere Generationen hinweg in der Weibleinrotte unterwegs sein. Männliche Schweine werden meistens, kurz bevor sie einjährig sind, von der Mutter vertrieben, bilden dann eine Junggesellengruppe für ein weiteres Jahr ungefähr, werden erst dann geschlechtsreif und wenn sie geschlechtsreif sind, tauchen sie immer zum beginnenden November bis Januar, sowas um den Dreh bei den Weibchen auf, denn da ist Rauschzeit. Also die Paarungszeit der Wildschweine. Die Männchen versuchen sich gegenseitig zu verdrängen und der Gewinner darf dann sämtliche Weiblein eben für sich beanspruchen. Es herrscht also das Harem-Prinzip und ja, damit kommt es durchaus vor, wenn mehrfach der gleiche Keiler gewinnt und die gleiche Gruppe Weiblein dann kurzfristig sein Eigen nennen darf, wenn man das so sagen kann, dass dieser dann auch mit den eigenen Töchtern oder Enkelinnen weitere Nachkommen produziert. Das ist bei Wildschweinen durchaus normal. Ja, den weiteren Verlauf des Jahres sind Keiler, wenn sie dann älter sind, wieder alleine unterwegs und die Weiblein weiterhin in ihrer Gruppe. Weibliche Schweine separieren sich nur dann von den anderen Weibchen, wenn sie gerade ihren Wurf tätigen wollen. Dafür legen sie eine schöne kleine Mulde an. Da kommt es dann sogar noch vor, dass sie darüber noch ein Dächlein bauen und legen sich auf die Seite und bekommen dann ihre Frischlinge. Das dürfen durchaus auch mal viele sein. Irgendwas zwischen 3 und 6 ist so im Regelfall eine gute Zahl. Ja, die Frischlinge sind im ersten Moment zwar bereits lauffähig, aber noch sehr langsam. Deswegen leben sie noch ungefähr eine Woche, ein bis zwei bis drei Wochen eben in dieser Wurfkuhle, wo sie auch geboren wurden, werden in dieser Zeit von der Mutter beschützt und gesäugt. Die geht auch nicht weg, um groß was zu fressen. Es ist ja eine vergleichsweise kurze Dauer. Danach sind die Frischlinge schon groß genug, um mit der Gruppe schritt halten zu können. Die Mütter kehren also mitsamt ihrem Nachwuchs zur Schweinengruppe zurück. Und dann geht es durch das Jahr. Es wird gefressen. Es wird dem Nachwuchs gezeigt, was es denn so zu fressen gibt. Apropos, was fressen will Schweine? Würmer, Schnecken, Käfer, Kräuter, insbesondere nährstoffreiche Bestandteile von Kräutern, also das, was wir auch essen würden, was pflanzliche Koste angeht. Wenn sie mal finden, Aas, wenn sie mal was erlegen können, eine Maus, also kleinere Lebenswesen. Sie sollen auch schon Kaninchen ausgebuddelt haben, um dieses zu verzehren. Und wenn irgendwo ein größeres, verendetes Tier rumliegt, dann nehmen sie das auch gerne mit. Wie schon erwähnt, ihr Lebensraum ist ganz stark an Buchen- und Eichenwälder gebunden, weil sie da eben im Herbst dann einen Großteil ihrer Nahrung finden, um durch den Winter zu kommen. Im Winter selbst ruhen sie sich die meiste Zeit aus, zehren an ihren Speckvorräten und versuchen Energie zu sparen, wenn sie nicht irgendwo doch noch bei guten Witterungsbedingungen ein bisschen in den Boden aufbrechen können und noch ein paar überwinternde Kleintiere, also meistens auch wieder Insekten, finden können und diese dann verzehren. Wildschweine pflegen untereinander einen ruppigen, aber doch sehr liebevollen Umgangston und verfügen über diverse Möglichkeiten, um auch kommunizieren zu können. Zum Beispiel ganz viele verschiedene Grundlaute, die die jeweilige Stimmung des Individualschweins weiter wiedergeben. Dann kommt eben noch die Komponente der olfaktorischen Kommunikation dazu und auch bestimmte Strandstellungen und Verhaltensweisen sind auch weiter zur Kommunikation geeignet. Kommunikation ist auch wichtig und ein entscheidendes Merkmal aller sehr gut an ihren Lebensraum angepassten und sehr erfolgreichen Tiere, zu denen das Wildschwein definitiv gehört. Es hat ein enormes Verbreitungsgebiet, ist nahezu nicht tot zu bekommen und eine extrem erfolgreiche Art. Als solche hat es auch Zeit, in Anführungszeichen, um wirklich mal ein bisschen mit den Artgenossen zu spielen, Freizeit zu verbringen, gemütlich rumzuliegen und ohnehin sind Wildschweine durch ihre sehr effiziente Form der Nahrungsaufnahme in der Lage, den Großteil des Tages rumzuliegen, zu dösen, zu pennen und mit den Artgenossen zu kuscheln und gegenseitig borsten bzw. Fellpflege zu betreiben. Zwei Beispiele für Waldschwein-typisches Verhalten habe ich filmen können und möchte die hier mal kurz zeigen. Wildschweine sind nämlich durchaus fürsorglich untereinander. Das Schwein hier vorne links signalisiert dem Kollegen, was wahrscheinlich ein Bruder ist, sich doch mal hinzulegen, um bei der Körperpflege behilflich zu sein, was hier jetzt auch gerade eben entsprechend passiert. Denn Wildschweine können aufgrund ihres kurzen Halses sich selbst nur schwierig mit dem Mund nach Parasiten und anderen Quellgeistern absuchen. Deswegen helfen dabei dann gerne auch mal die Artgenossen, gerade an den Stellen, wo dann als Schwein wirklich niemand hinkommt. Alternativ müssen sie sich da irgendwie an Baumstümpfen reiben mit dem Bauch und das ist recht umständlich und hilft halt nicht besonders. Daher kann man da schon froh sein, wenn einem Schwester in der Hinsicht ein bisschen weiterhilft und danke für den Service sagen. Bei Männchen kommt es dann zu Kampfspielen unter Brüdern, wo man schon mal versucht, sich Schulter an Schulter durch den Wald zu schieben. Das ist Phase 1 des Kampfes. Wenn danach nicht feststeht, wer denn nun das stärkere Schwein ist, kommt es dann auch zu heftigeren Remplern, haben wir hier jetzt gerade gesehen. Und in der letzten Phase und dritten Phase des Kampfes kann es dann auch schon zu Verletzungen kommen, wenn sie dann nämlich anfangen, das sehen wir gleich, sich genau hier die Seite des Kopfes, wo normalerweise ein mächtiger Hauer eben sich befindet, in die Flanke zu hauen. Wäre da jetzt schon ein großer Hauer zu sehen, das ist bei den jungen Herren hier noch nicht der Fall, dann kann das schon zu massiven Verletzungen führen und Wildschweine sind da wirklich gar nicht zimperlich. Wenn zwei gleichstarke Männchen sich begegnen, gehen die mit deutlich blutenden Flanken hinterher auseinander. Gerade alte Keiler sind dann irgendwann von Narbengewebe nur so überzogen, weil sie offensichtlich irgendwas richtig gemacht haben. Ja, und abschließend haben wir hier noch das Chefschwein, das ist der Keiler im Gehege. Schön zu erkennen am deutlichen Gewaff im Unterkiefer. Oberkiefer, Zahn, der auch nach oben wächst, sieht man bei ihm nicht so gut. Er sollte aber auch irgendwo einen haben. Jedenfalls das da ist der Chef und der Vater von wahrscheinlich fast allen anderen Schweinen, die hier so unterwegs sind. Also ein wirklich altes Exemplar von Keiler in der üblichen Größe wie großen alter Keiler bei uns zu Lande eben entsprechend wird. Ja, mit dem will man sich nicht anlegen. Was uns zu dem Thema führt, was für Probleme es denn mit Wildschweinen gibt in Deutschland, und zwar sind die nun mal viele geworden. Und sie breiten sich weiter aus, haben eine enorme Vermehrungsrate, was vor allen Dingen daran liegt, dass Buchen und Eichen in letzter Zeit, also die letzten Jahrzehnte genau genommen, häufiger fruktifizieren. Also sie werfen immer mehr Bucheckern und Eicheln runter und das ist natürlich Energienahrung für die Schweine. Damit kommen sie alle durch den Winter und natürliche Mortalität, die normalerweise im Winter sehr wohl auftritt, findet fast nicht mehr statt bei Wildschweinen. Natürliche Feinde haben sie auch nicht. Wenn überhaupt, käme bloß der Wolf als nennenswerter Predator in Frage. Den gibt es jetzt zwar wieder, aber der geht lieber auf Rehe los, anstatt sich mit Wildschweinen anzulegen, die einfach viel zu wehrhaft sind und mit dem Tier will man sich auch wirklich nicht anlegen. Nachvollziehbar. Das führt dazu, dass sich die Wildschweine eben sauwohl fühlen. Dazu kommt dann noch die Geschichte mit dem Maisfeld, wo sie wirklich extreme Energienahrung finden. Die Gehegeschweine hier werden auch mit Mais gefüttert und stehen da total drauf. Also wenn man da mit dem Maiseimer, ich habe selber mal ein bisschen da mitfüttern dürfen, wenn man da mit dem Maiseimer auftaucht, dann sind sie sofort alle da und freuen sich und stehen total auf Mais. Und das alles ist eben enormes Energiefutter. Die Vegetationsperiode ist länger geworden. Es gibt mehr Strukturen in den Wäldern, mehr Rückzugsorte für Wildschweine. Also die gesamte Entwicklung unserer Natur und Kulturlandschaft, beides gleichzeitig, ist zur Zeit extrem schweinefreundlich. Weshalb die eben sehr viel mehr werden, damit immer mehr Schäden in der Landwirtschaft, in Gärten, in Parks und so weiter anrichten. Und wie man sie wirklich effizient jetzt wieder los wird oder in ihrem Bestand reduziert, weiß keiner so genau. Jagd auf Wildschweine ist äußerst schwierig, da es sich um sehr intelligente Tiere handelt und eine Lösung für die Zukunft des Zulammlebens von uns und dem Schwein ist derzeit noch nicht wirklich in Sicht. Wir forschen aber dran. Das wäre es gewesen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was Neues erfahren und wenn nicht, dann kanntet ihr euch offensichtlich schon ganz gut aus mit Wildschweinen. Bedanke mich fürs Zuhören, wünsche einen schönen, was auch immer gerade bei euch ist und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke. Tschüss. Tschüss. Perfekt. Danke. Wieder. Oh ja, super. Hallo.